Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Die Stubenfliege, auch als Mucha domova bekannt, ist ein weltweit verbreitetes Insekt, das häufig in menschlichen Behausungen anzutreffen ist. Sie zeichnet sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen und ihre Nähe zum Menschen aus. Ihre auffälligsten Merkmale sind der schwarze Kopf, die großen, roten, komplex strukturierten Augen und die sehr kurzen Antennen. Der Körper ist dunkelgrau, der Hinterleib gelbbraun und die Flügel sind durchsichtig mit deutlicher Aderung. Die Larven sind beinlos und weiß. Die Stubenfliege hat eine Körperlänge von etwa 7 bis 9 mm und wiegt um die 7 mg. Ihre Lebenserwartung beträgt ca. 28 Tage. Das Erscheinungsbild umfasst einen dunkelgrauen Körper mit gelbbraunem Hinterleib, transparenten, aderigen Flügeln und schwarze, gestreifte Muster auf dem Körper. Ihre Beine sind mit Haftstrukturen ausgestattet, die das Laufen auf glatten Oberflächen ermöglichen. Stubenfliegen ernähren sich von einer Vielfalt an Substanzen, vorwiegend flüssigen oder verflüssigbaren organischen Materialien, einschließlich Nektar, Kadavern und Exkrementen. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Zersetzung organischer Materie. Larven ernähren sich von verrottender organischer Substanz. Verschiedene Prädatoren, darunter Spinnen und Vögel, jagen Stubenfliegen und integrieren sie in die Nahrungskette. Stubenfliegen sind global verbreitet und vorwiegend in menschlichen Siedlungen wie Häusern und Ställen zu finden. Sie bevorzugen warme, geschützte Orte für die Überwinterung und sind in der Lage, über weite Strecken zu fliegen. Ihre Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihnen, in einer Vielzahl von Umgebungen zu überleben, von ländlichen Gebieten bis hin zu urbanen Zentren, einschließlich Parks und anderen Grünflächen. Stubenflächen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020